Musik Herzlich Willkommen zurück hier bei Watch Dogs Es ist wieder euer Tony Totschläger Hier am Durchdrehen in der City Eine City of Crime Das Verbrechen zu bekämpfen Unbrutal zu hacken Ampel, oh nein, ist rot Junge, fahr doch mal, Junge Was, rechts vor links, da links vor rechts So, Lappen Hier herrschen meine Regeln Unglaublich, wie die Leute hier fahren, ey Das kotzt so richtig an, Alter Schon wieder durchdrehen Mann, 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 Mann Das ist ein Fastier hier von den Leuten Das ist echt unglaublich Fahren wir mal direkt hier zum Nächsten gelben schönen Punkt Eine neue Welt Na, da bin ich ja mal gespannt So Man zeigt mal her, ja Jemand dringt schon wieder in mein Spiel ein Das gibt's doch nicht Finden Sie Kid Creature Nicht der Hacker Wo ist er denn? Ist noch ein Bankkonto geklärt hier Ah, wo versteckst du dich, du Pisser? Hat er sich eiskalt hier in mein Dings reingeheckt? Mann, genau wo ich Genau wo ich Dings Die Mission machen wollte Was? Wo ist er denn? Ja, das haben wir schon in der letzten Folge gesehen Aber wo ist er denn? Klaut meine Daten Irgendwo hier ist er doch Wenn ich jetzt hier rausgehe Kann er sie nicht mehr klauen, ne? Doch Aber wo ist er denn? Hm Der wird mich 100% maßnehmen Ich weiß ja nicht, wo er steckt Nicht der Hacker, nicht der Hacker Guck mal hier um die Ecke Na, wer versteckt sich denn da drin? Hä? Wer versteckt sich denn da drin? So, mein Freund Nicht mit mir Wollt er mich einfach abfucken War hier im Auto drin Gibt's ja nicht Krass Gib mal her deine Karre, Alter Achso, nee Wir wollen ja noch eine neue Welt machen Krass, Alter Boah Gerade noch bekommen den Lütscher Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun Aber seine Identität liegt immer geheim So funktioniert der Zag Jetzt will er mich treffen Sehr Ungewinn Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen Was er vorhat Treffen sie Bad Boy 17 Okay Achso, da unten ran Dann treffen wir uns mal mit Bad Boy 17 Toller Name Was? Bad Boy 17 Bitte, was? Toller Bad Boy Gute Argumente am Start Ich würde sagen, eher wie ein Risiko Ich mach dir doch keine Angst Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf Bedroht meine Familie Und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal Ich muss dir vertrauen können, Clara An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen Aber hier ist ein Grund zuzuhören Die Nachricht, die du geschickt hast Ich weiß, wo man ihn findet Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen Doch Das persönliche Treffen war nötig Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich Du solltest etwas netter sein Ich eröffne dir gerade eine neue Welt Ja Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht Damit machen wir all ihre Drecksarbeit Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tod Aber mach keinen Fehler Du kannst schnell jemanden verletzen Sehr Ich glaube, du vertraust mir nicht Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen Na gut Der Typ mit der Nachricht Wie finden die? Wir arbeiten zusammen Du mit allem, was ich dir geschickt habe Ich verfolge sein Signal Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe Und du bist genauso, wie ich dachte Aiden Normal, Junge Player, ne? Was war das denn? Wo kam denn jetzt Blut? Also Das hat ihn hart getroffen, oder was? Neue Fähigkeiten freigeschaltet Oh, das ist gut Scale-Punkte haben wir sieben Stück Mal hier Kampf Was gibt es denn bei Kampf Neues? Verringert den Deckungsradius beim Sprinten, okay Verlängert die Dauer des Fokus Oh ja, das kann ich gut gebrauchen, ne? Das ist chillig Was ist das? Erhöht die Schussfolge Die Tragkasse für Sprengstoffe Reduziert durch Kugeln erlittenen Schaden Das ist auch nicht schlecht Gut Gucken wir erstmal noch woanders Eine Pille, die eine massive, sofortige Fokus-Erholung bietet Verdunkeln sie die Stärkung für Chaos Das helfen Sie alle den Jammern über Strom zu sparen Warnung kann zu Funkbildungen führen Was ziemlich cool ist Haha, okay Oh, die Sprengvorrichtungen sind äußerst starke Sprengkörper Ja, das Gewicht erlaubt nur kurze Wurfweite zu springen Hacken Ah, ich weiß nicht, ey Das ballert nicht so Verringert die Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen Oh, ich hatte noch nie eine Verbessert das Verhalten abseits der Straßen, Gras und Erde Das ist gut Das kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen Hacken Ah, geht alles noch nicht klar, ne? Achso, wegen benötigter Skillpunkte Gut, das reicht uns erstmal Hey, da spreche ich mit Bad Boy Oder Clara Mach's mit Koppel Voila Wir müssen also deinen Anrufer finden Aber er ist clever Seine Adresse wurde durch einen CTOF-Büro-Turm gebounced Kundenservice, Angestellte, Manager, so Sachen halt Ein Bürogebäude Wir müssen einen Weg ins System finden Du bringst mich rein? Ich gebe dir seinen Standort Ich kann an der verbundbarsten Stelle ins Gebäude Da, wo sie Lieferung nachnehmen Das ist unterirdisch In dem Tunnel Da fange ich an Hey, tut mir leid, wenn ich Unhöflich gewesen bin Ich weiß, was du vorhattest Du wolltest mich einschüchtern Mehrbuchmäßig In meine Distanzzone treten Anstarren Physischer Kontakt Du hast nach Riffen gesucht Hast du welche gefunden? Du hast das so gerne Na ja, bla bla Durch die unterirdischen Gänge Wird wohl trotzdem durch den Eingang da vorne sein, oder? Nee Oder? Ich weiß es nicht Ob die jetzt hier oben meinen Das glaube ich nicht Ich muss sie 100% hier Na, ich betrete Sperrgebiete an, das ist nicht schlimm Ihn schalte ich jetzt erstmal aus Ah, die Kamera Können wir denn damit machen? Ah, hier liegt ein bisschen Geld Mal hier Ja, das ist nicht normal Ich muss mal ein bisschen ablenken hier Ah, jetzt liegt er hinter dem Ding Das ist auf jeden Fall schon mal optimal Da hinten steht auch wer Hier ist wer Da haben wir Alarm ausgelöst Auch ein Kopfschuss Ist klar Gleich alle ausgeschaltet hier Ihn auf So Das haben wir ja alles geregelt Würde ich mal sagen, oder? Das war gut Gibt's denn noch irgendwas cooles zu finden? Oh, der hat mich gesehen Nein, 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 nein Nein, er muss nachfahren Boah, das war knapp, Junge Das war knapp, ey Und ich glaube, das war der letzte Boah, ey Der wurde gar nicht angezeigt auf der Kamera Shit, da bin ich fast draufgegangen, ey Mann, 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 Mann Noch mal Glück gehabt, auf jeden Fall Shit Zugang gesperrt Dann hätten sie jetzt hier Kissen mit Profiler Okay Da ist er So, gehen wir hier unten durch Sind hier welche? Nö Ich bin im Gebäude Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin Und zweifellos mehr Wachen Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen hab Sind die perfekte Ablenkung Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören Was für Ausrüstung? Alles halt Hack ihre Handys Earpieces Sprengstoffe Heutzutage wird doch alles mit Tipps gesteuert Okay Ich versuch's Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop Hab einen Bradley Coughlin Och, oh nein Er ist der Chef der Sicherheit Ja, was auch sonst Sobald ich drin bin, musst du schnell sein Track den Anrufer und dann raus Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken Sorg dich nicht um mich Checken wir erst mal aus, wer hier alles ist Ah, voll verfehlt Was ist das da? Abgefangener Audio-Log So Er ist auf jeden Fall dort Da sind da auch noch ein paar Da sind da auch noch ein paar Das muss man auf jeden Fall vorsichtig sein Da ist wer Wer hat uns da gesehen Ey Scheiße, man Alles klar Jetzt sind wir auf jeden Fall Erwischt wollen Nehmen wir mal die AK-47 hier raus Hör auf zu schießen da oben, man Komm schon Ich wollte ihn hacken Nein, 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 nein So, wir müssen uns hier nochmal verstecken Das wird ja jetzt wieder Hitschen reichen Da hinten sind sie Oh nein, jetzt kommt auch noch Verstärkung Ich muss mich hier auf jeden Fall Muss aufpassen, dass da keiner von der Seite kommt Oh, die sind hier überall, Alter Fuck So, auf jeden Fall Vorsichtig sein, sonst sind wir hier weg Definitiv Da hinten sind sie Wer schießt denn da? Ach, da oben sind die auch Wollen wir mal eine Splittergranate, du hässlicher Bumm Was? Ja, da guckst du blöd, Alter So Ja, das wird hier ein bisschen actionreich Das ist ein bisschen hässlich, aber egal Wollen wir machen, ne? Sonst hier Stück vor Stück Vorarbeiten Was? Ich bin da auf mich geschossen Ach, da oben Oh, du hast da einen Profet erhalten Mann, Alter Mann, Alter Ich will den immer hacken, aber irgendwie Das ist immer zu kurz Fuck, ey Was soll ich hier machen jetzt? Hier wischen mich doch da oben die hässlichen Bastarde Verstärkung würde gerufen, ja? Oh, du willst Verstärkung rufen, Alter? Oh, hier kommen jetzt richtig viele, Alter Jetzt sind wir auf jeden Fall im Arsch Shit Fuck, Alter Ja Müssen hier langsam hochgehen Jetzt kommen hier, glaube ich, immer mehr, ja Hier nicht mal alle erledigen Was? Was denn da? Die denken, dass ich da unten bin Das ist gut Das ist sehr gut Nein Nein, nein Ich bin in Oh, ich hab's überlebt Das gibt's doch nicht Ich hab einfach überlebt, ey Krass Vorhin so ein kleiner Vorsprung Ich spring runter und sterbe Aber das hier überlebe ich natürlich Das ist auf jeden Fall gut, ja Was willst du hier oben, Mann? Das Menschenhandelsverdächtigt Also ist das ja gar nicht so böse, was ich hier mache, ne? Egal Kack auf Kopfschuss Er ist hier auch irgendwie so'n Boom Das wollte ich mir nicht entgehen lassen, den nochmal zu sprengen, ne? Das soll auf jeden Fall sein Er hat noch ein bisschen Kohle dabei gehabt Okay Sind wir jetzt auf jeden Fall hier drin? Die Kameras Was ist hier noch? Ah, abgefangenes Audio-Log Immer gebrauchen Dann hacken wir das Ding hier mal So Ah, wieder so'n Minispiel Beziehungsweise so'n kleines Puzzle So Jetzt können wir den hier auf jeden Fall frei machen Haben wir den hier noch nicht frei? Ah, jetzt können wir so machen Auch nicht Aber Nee, so noch nicht Dann müssen wir den hier noch verändern Jetzt aber Ah, und der nächste So rum Hm Nee, das war falsch Wir müssen auf jeden Fall da oben rankommen Ah, das ist gut Nee, das kann doch ruhig so bleiben Wir müssen das machen Das ist das hier auf jeden Fall Dass das so weitergeleitet wird hier Ah Alles klar Hm Hm Klar, Zukunft zu verschaffen Wo ist denn der Laptop? Das gibt's nicht nur Werbung Das blockiert meine ganze Aussicht Ein einziges Risiko Oh scheiße Jemand hat sich reingehackt Sperrt sofort das Gebäude ab Findet ihn Oh, jetzt gibt's Ärger, Alter Findest du den Anruf? Ich suche gerade Kalief Die Bullen kommen Die haben Hightech-Scanner Die man nur schwer stören kann Du musst sofort da raus Ich würde sagen Ich bleib einfach hier drin Ja Meister Oh, da kommt noch einer Kommt alle hier rein Ich bin am Start So Jetzt haben wir hier ein paar erledigt Da sind auf jeden Fall Unten noch welche Achso, ja Kack auf unten Wir können hier hinten raus Ist ja optimal Hecken wir hier noch Ein schönes Bankkonto nebenbei Weißt du, der zeigt Wie man Polizeiscans stört Doch Ich glaube schon Hier ist was Ich seh es dir jetzt Das wird ihre Scans Und Kommunikation In dem Gebiet stören Und auch die Zivilisten Achso Dann Ja, Jamcoms Nochmal Haben wir dann sofort verloren? Ne Hatte ich einfach welche Auf die Tasche Die Jamcoms Ich weiß schon was die machen Dafür bräuchte ich die nicht Auf jeden Fall Oh shit Einen habe ich aber noch Ich muss mich nur beeilen Komm, gib Gas Jetzt müssen wir eigentlich Auf und davon sein Können keine Polizei 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 Scans mehr sein Sauber Damit haben wir Die nächste Mission Beendet Sehr schön Erst G-Punkte halten Gut Das war perfekt Wie sieht es aus? Hast du den Anrufer? Das Katze und Mors Spiel nervt Ich habe deine Mors Sein Anruf kam Aus einem Apartment Im Loop Endlich Sei vorsichtig Aiden So wie der sein Signal Gebounced hat Ich glaube er will Dass du ihn findest Na dann wollen wir Ihn mal nicht enttäuschen Alles klar meine Freunde Dann sehen wir uns Auf jeden Fall In der nächsten Folge Lass mir einen Daumen hoch Da Und ein Abo Wäre auf jeden Fall Nice von euch Tun ihr der Totschläger Seist mal raus Ihr wisst Bescheid Haut da rein Totschläger Jetzt Vielen Dank.